Au. Nein, daneben. Nein, getroffen. Der Wendem steht da hinten auf, Karom. Ja, geh erstmal in die Kiste, Adi. Hi! Ja, ja, wickel weiter. Mach ich! Oh Gott! Der Wendem bleibt die ganze Zeit irgendwo AFK rum. Nee, der geht in einen Schwank. Dennis kann ja aufstehen, das ist ja alles cool. Cool, halt nicht. Ich hätte nicht...